Moin Moin und herzlich willkommen auf unseren YouTube-Kanal. Wir sind heute im schönen Niedersachsen in der Foränenanlage Mechtersen zu besuchen und wollen heute versuchen, die Fische mit Spoon und Gummi zu überlisten. Wir haben heute 8 Grad, leichten Niesel, aber hoffen trotzdem auf unser Glück. Viel Spaß mit dem darauf folgenden Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Moin Moin, auch von mir. Jetzt fischen wir die Forest Paul in 2,5 Gramm. Bis zum nächsten Mal. 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 Kurz vorm Spoonwechsel ist zum Glück noch einer eingestiegen. Bis zum nächsten Mal. Und weiter geht's mit dem Forest Meal mit 1,6 Gramm. Und weiter geht's mit dem Forest Meal. 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 Nachdem am Teich ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, wollte ich eigentlich auf Gummi wechseln. Da ist zum Glück aber noch einer eingestiegen. Jetzt wechsel ich die Route und gehe auf Gummi mit einer 3.0er Tungsten. Und weiter geht's mit dem Forest Meal. 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 Das war's für heute. ja ja auch Und da ging Luca, der sechste Lachse, an den Haken und ein schönes Petri. Fisch? Weiß oder was? Ja, noch ein bisschen laut haben willst du und ich geh noch mal zu allen Leuten ab. Das ist doch egal. Das war Leute. Fisch. Ja, siehste, der Fisch. Das war kein, das haben wir nicht weit. Petri. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020